Hier haben wir mein Enduro-Bike, das Radon Chap 10.0 HD 2020. Und dann komme ich wieder einfach darauf, nicht klar, wie geil dieses Gerät hier einfach dasteht. Yo Leute, ich bin's, Miss Peaches. Das hier ist die Rosi und hier haben wir mein Enduro-Bike, das Radon Chap 10.0 HD 2020. Ihr habt Millionen Fragen dazu und deswegen gibt es jetzt einen Bike-Check. In meinen Augen ist dieses Bike hier einfach der perfekte Allrounder für uphill und downhill. Ein bisschen mehr ausgelegt auf downhill. Ich kann wirklich behaupten, ich fahre dieses Fahrrad 80 bis 90 Prozent des Jahres. Ein Downhiller ist in dem Fall quasi wirklich nur mehr purer Luxus, weil man mit diesem Fahrrad einfach wirklich alles fahren kann. Ich bin damit schon im Bike-Park gefahren, das ist ausgelegt auf Sprünge. Mit 170 mm Federweg habt ihr einfach keine Grenzen sozusagen. Aber ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los, gehe alles nach und nach durch und beginne gleich mal beim Rahmen. Der Rahmen ist 16 Zoll. Bei einer Körpergröße von 1,65 fahre ich eben einen Small-Rahmen. Das Material ist Vollcarbon, sprich Hauptrahmen und Hinterbau. Und zusätzlich haben wir hier diesen Flipchip zur Geometrie-Variation des Rahmens des Bikes. Aber dieser Flipchip in jedem Fall ein super Feature, da ihr da nochmal für eure uphill oder downhill Präferenzen variieren und einstellen könnt. Das Fahrrad, genauso wie es hier steht, wiegt 13 Kilogramm, ist somit ultra leicht. Was euch bestimmt auch aufgefallen ist, sind diese genialen Details, die wir hier haben. Sehr oft gestellte Frage, ist das ein Custom-lackierter Rahmen? Das wäre ziemlich geil, ist es aber nicht. Es ist die alternative Variante und zwar sind das Custom Decals, produziert von den Jungs von United Designs mit ihrem Sitz in Österreich in der Steiermark. Ich werde euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung alles verlinken, die Parts, die Details. Ihr findet auch Links zu meiner Ausrüstung, sei es Kamera-Equipment, sei es Bike-Ausrüstung und so weiter. Ihr findet alles unten. Also nochmal zu den Decals, ich finde ja generell diesen Rahmen vom Jab sehr dynamisch und echt sehr schön, wie das alles so abgestimmt ist. Ich wollte in dem Fall einfach nochmal ein bisschen was, was rausknallt. Einfach so wie das jetzt da steht, das Fahrrad mit den Decals, wie das fetzt mit den Conti-Reifen, mit den kleinen Details hier, Oil-Sleak bei den Griffen und den Pedalen. Genial. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, ich finde es mega und habe echt eine Riesenfreude damit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zur Gabel. Wir haben hier die Fox 36 Float Factory mit 170 mm Federweg. Wie vorhin schon erwähnt, das Bike ist ein Biest, Uphill und Downhill, somit mega viel Potenzial für Sprünge, das Bike ist genial im Bike Park. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Die Fox 36 mit Fit Grip 2 Dämpfung und Kashima Beschichtung. Der Dämpfer ist ebenfalls von Fox, der Float X2 Factory mit 160 mm Federweg. Beides Gabel und Dämpfer könnt ihr easy mit der Gabelpumpe auf euer Gewicht einstellen. Dann schauen wir uns gleich mal die Laufräder an. Die sind von Newman Evolution mit 30 mm, auch sehr praktisch am Vorderrad. Habt ihr den Schnellspanner, da könnt ihr super easy und schnell ohne Werkzeug euer Vorderrad entfernen und wieder reingeben. Dann gehen wir auch gleich weiter zu den Reifen. Die Reifen, das erste Teil, das nicht original am Bike oben ist. Viele fragen immer zu der Reifenkombi, die ich hier oben habe. Das ist von Conti, der Baron vorne und der Kaiser hinten. Ich bin diese Kombi nun letztes Jahr, das ganze Jahr gefahren und ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Der Baron ist super selbstreinigend, perfekt, wenn es nass ist und die Kombination aus Baron und Kaiser ist super für Uphill und Downhill. Ihr wisst, unsere Witterung, es ist immer anders. Einen Tag ist staubtrocken, dann ist es nass, es regnet und deswegen die Reifen bei jedem Wetter, vor allem diese Kombination mit jeder Witterung, ist einfach mega geil. Die Dimension der Reifen haben wir 27,5 Zoll mit 2,4 und ich bin auch letztes Jahr auf Tubeless umgestiegen. Ich bin auch hier wieder auf Tubeless unterwegs. Wichtig ist einfach bei Tubeless, dass man gerade am Anfang die Reifen dann genügend bewegt. Man muss wirklich ein paar Mal fahren gehen, damit sich die Milch auch wirklich gut verteilt, alles abgedichtet ist und keine Luft mehr ausgeht. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Bremsen, Kurbel, Schaltwerk sind von SRAM. Bei den Bremsen haben wir hier die SRAM G2 RSC, Bremsscheiben SRAM Centerline mit 200-180 mm, die Kurbel SRAM X1 Eagle Carbon und das Schaltwerk SRAM X01 Eagle mit einem 1x12 Antrieb. Wie schon erwähnt, Downhill Beast und Uphill Beast, dieses Bike bezwingt jeden Berg, Uphill und Downhill. Ich bin damit schon den Stoneman Touristen in Obertown gefahren, sprich 123 Kilometer mit 4.500 Höhenmeter in drei Tagen. Sind wir uns ehrlich, dieses Bike hier ist für so eine Tour wirklich nicht das idealste Bike. Aber es ging und es ging ziemlich geil, also das ist euer Buddy. Generell muss man einfach wirklich sagen, dass die Ausstattung von diesem Bike, die Parts, sind richtig gut und qualitativ hochwertig und trotzdem im Gesamtpaket, was dieses Bike kostet, ist es meiner Meinung nach im Verhältnis vor allem zu anderen Herstellern wirklich günstig beziehungsweise wirklich erschwinglich. Es gibt natürlich auch verschiedene Modelle vom JAB. Das günstigste startet bei 2.700 Euro und das teuerste, das haben wir hier, ist preislich momentan bei 4.000 Euro. Dann gehen wir weiter, die Schalthebel von SRAM GX Eagle Matchmaster X, die Kassette SRAM GX Eagle und die Kette ebenfalls von SRAM. Dann gehen wir weiter zum Lenker, das ist der Race Face Turbine mit 35 mm Rise. Letztes Jahr schon das erste Mal mit dem 35 mm Rise gefahren. Bin ich auch dabei geblieben, der Lenker kommt mit 800 mm Breite. Ich fahre gern Breite Lenker, aber wir haben den dann auf 780 mm gekürzt und das finde ich echt perfekt für mich. Vorbau haben wir ebenfalls von Race Face, den Turbine R mit 35 mm, Steuersatz von Akros. Die ganzen Mini-Details findet ihr wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Die Griffe und der Sattel sind weitere Teile, die nicht original auf diesem Bike sind und sind auch neben den Reifen und den Pedalen eine meiner Highlights. Der Sattel, Leute, ich schwärm euch jedes Mal was davon vor. Es ist der SM Women, ihr kennt das, ihr pedaliert es hoch und der Arsch tut einfach weh. Aber dieser Sattel wird wirklich euer Leben verändern, glaubt mir das. Und Jungs, für euch gibt es das selbe Modell, den SM Pro Man. Wichtig bei dem Sattel ist, dass dieser wirklich auf die Breite eurer Sitzknochens abgestimmt wird. Und je nachdem braucht ihr dann die passende Größe dafür. Sowas kann man ganz easy auf Events, ich weiß, gerade ein bisschen schwierig, auf einem Ergon-Stand zum Beispiel testen oder bei Ergon selbst. Aber dann wisst ihr wirklich, welche Größe ihr braucht. Mega genial finde ich auch meine Griffe. Ich habe euch bereits beim letzten Bike-Check letztes Jahr, ich blende euch den hier mal ein, Ergon-Griffe empfohlen. Aber mein absolutes Highlight sind dieses Jahr die GE1 von Ergon. Mit dieser Euslig-Manschette, keine Ahnung wie ich das jetzt nennen soll. Was auch erwähnenswert ist bei den neuen GE1 ist, dass die Kappe außen, bei mir ist die immer ein bisschen abgekratzt, weil ich gerne das Fahrrad einfach hinlege. Die ist im Griff integriert. Hier ist auch wirklich, das ist Hartplastik und hier habt ihr den Gummi. Dann haben wir noch die Sattelstütze, die ist SDG Tallys mit 31,6 mm. Und dann Leute, dann kommen wir zu einem weiteren Lieblingsteil, die Pedale. Mega viele fragen immer zu meinen Pedalen. Das sind die Crankbrothers Stamp 7. Ich bin die letztes Jahr auch schon gefahren in Purple, aber jetzt gibt es einen kleinen Unterschied und zwar bin ich die letztes Jahr in Größe Large gefahren und fahre sie aber dieses Jahr in Größe Small. Warum der Wandel? Ich bin da wirklich bekehrt worden. Ihr kennt das, man fährt irgendwo, es ist eng, es ragen Steine raus, Wurzeln. Da geht es oft um Millimeter. Ich bin die auch in Madeira schon gefahren und ja, es macht einfach viel mehr Sinn. Man hat denselben Grip am Fuß, vor allem in Kombination mit diesen 510-Schuhn. Man klebt förmlich auf diesen Pedalen. Die Fläche ist ideal, aber es ist halt trotzdem um ein paar Zentimeter wirklich um einiges schmäler und somit auch sicherer. Kann ich euch auch empfehlen. Kommt natürlich auch immer auf eure Fußgröße etc. an. Aber das ist der kleine und feine Unterschied im Vergleich zu letztem Jahr. Weiter abgesehen davon, wie geil ist einfach diese Farbe. Ich stehe so drauf und dann komme ich wieder einfach darauf. Nicht klar, wie geil dieses Gerät hier einfach da steht. Mit dem Grün, mit den Dickels in Kombination Galaxy Conti-Logo. Und ich habe mir gedacht, im Zusammenhang mit dem Bike-Check passt das ganz gut. Thema Bike-Pflege, was nehme ich da? Bei mir gibt es nur Produkte von Antidot. Hier haben wir den Bike-Reiniger, hier haben wir das Kettenöl. Es gibt noch einen Kettenreiniger und neuerweise ein Bike-Fett. Diese Produkte, super umweltfreundlich, 100% biologisch abbaubar. Finde ich eine mega coole Sache. Und ja, ich bin einer, die wirklich nicht jedes Mal ihr Bike wäscht. Aber wenn sie es wäscht, den Bike-Reiniger und dem Fred natürlich. Da gibt es auch ein Video dazu. Schaut euch das mal an, wenn ihr Probleme habt zu Hause mit Wasseranschluss und Stromanschluss. Das ist die Alternative dafür. Ein Niederdruckreiniger, den ihr einfach überall mitnehmen könnt. So viel zur Bike-Pflege. So Leute, ich glaube, das war es. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Danke nochmal fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ist jetzt ja auch noch da. Leute, auf jeden Fall würde ich mich über einen Daumen nach oben mega freuen. Und schreibt mir doch, was ihr von dieser grünen Waffe erhaltet. Viel Spaß beim Biken, Leute. Wir sehen uns spätestens wieder nächsten Samstag um 9 Uhr. Ciao.